Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde. Rainbow Six Siege mit Rikki. Siege. Ja, und wir zwei die Besten. Wir haben schon so lange, also ich habe ab und zu mehr gespielt. Aber insgesamt haben wir lange nicht mehr gespielt. Ich hatte eine fette, fette, fette Siegepause. Eine fette Siegepause. Hatte er. Fette, fette, fette. Ich habe meine ein bisschen eher beendet, weil ich war fleißig wieder, aber eher nicht. Und jetzt spielen wir zwei, wir fangen wieder an. Die anderen haben wir schon ein bisschen mehr gespielt. Wir sind jetzt wieder brutal. Wir müssen wieder das Lead von unserem Team übernehmen, sonst wird das nix. Spanning Session 1. Wir spielen eben auf Flugzeug und Bereich sichern, also wird lustig. Ich spiele Vakery. Wer spielst du? Der Rück. Ich habe einen. Das ist nice. Ah! Wer hat schon... Bist du angeschossen? Wieso bist du angeschossen worden? Ne? Und ich bin derjenige, der irgendwie hier ein paar Monate nicht gespielt hat, nicht der Mute. Ja, wei... Hä? Ja, was? Der hat mir gerade 67 abgezogen. Äh, nicht abgezogen. Ich habe doch 67. Ein paar Kämpfe hier verteilt. Hast du da einen Rüstung schon gelegt? Ja. Wo legt sie denn? So, mal schauen, wie es funktioniert. Das ist jetzt auch nur locker, also ohne Ranked und so, aber na... Die nächste Runde, die hier oben ist, wird ein Ranked sein. Muss man schon die Audio leiser machen. Ich mache mir jetzt auch ein bisschen leiser noch. Oh Gott. So. Sagen wir was? Nein, das habe ich nicht gespeichert. Sind wir noch so laut. Moment. Ja, wie wieso... Ich habe Angst, dass das zu lauter ist als du. Ah, ich glaube nicht. Wir haben Tachanka. Reported. Was wir haben? Die können nicht Tachanka haben. Tachanka ist der... Wir haben... Was hat gerade so... Hat das da gemacht? Tachanka siehst du oben, aber wir haben Tachanka. Das hat sich halt zu angehört, als wäre das ein Tachanka gewesen. Tachanka, tachanka. 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 Ach, haben sie. Ja, ja. Oh, Kapital hinter uns. Oh, wieso nämlich die Camps... Die haben alle Camps zu stört, bis auf die. Ich habe einen gesehen, versucht abzuknallen. Und wir hatten davon nicht so ganz... LOL! Hä, wie hat denn... Wie hat der mich so... Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe Angst. Lüffel, komm rein. Der schießt auf mich. Ja, der schießt überall hin. Bleib, bewege dich nicht. Hä? Wo? Gott, ey. Wo? Ach, der hat da hinter mir aufgemacht. Riki, bleib da, bleib da. Wie konnten wir hier nicht alles zum... Wie konnte mich der von da killen? Ja, da. Ach so, da war auch... Oh, lol. Ich habe nicht mehr gesehen, wie er die gemacht hat. Hier, ihr seht hier, die Pros sind unterwegs. Unser Team ist auch das Beste. Ich verstehe gar nichts. Ich weiß auch nicht. Ich muss gerade überlegen. Ich muss gerade überlegen, was wir noch so haben an Zeug und ob dieses Video kommt, wenn wir in der Gamescom sind oder ob das dann nachher es kommt. Weiß ja nicht. Ich mache mal so, wenn es während der Gamescom läuft, Gamescom ist geil. Wenn es nach der Gamescom läuft, Gamescom war geil. Wenn es vor der Gamescom läuft, Gamescom wird geil sein. Ja, vorher kann er auch sein. Ja, Cabrera, die haben... Wo sind sie denn eigentlich? Die Absen, äh... Ach nee, das war die Spanierfrau. Einen deutschen Kessel, den nutzlosen Kerl. Oh, Mann. Good job. Oder mehr Verbindung wurde behindert. Also schauen wir die Verbindung überhaupt an. Sind nicht alle los. Hashtag Operation Health. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Eher Operation Pizza. Aber bis jetzt habe ich noch nichts Negatives gesehen, sagen wir es mal so. Ja, die haben halt so ein paar Sachen, die man gerne ausgenutzt hat, haben sie weggetan. Ach was. Die Raubterbeinahmen haben sie wahrscheinlich auch entfernt, oder? Das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe auch... Also ehrlich gesagt, ich habe noch nicht darauf geachtet. Ich gehe mal mit Jackal mit, da fühle ich mich sicherer. Wieso? Weil der hier schauen kann, wer wo roamed. Wartet direkt unter uns, okay. Vorsicht, da kommt einer. Also, ich habe Schritte gehört. Hier ist keiner. Ich bin mit der Drohne drin. Ah, hier bei uns ist es sicher. Oh, da wird gleich jemand interrogated. Was sind wir uns aufgemacht? Ah, hier. Jawoll. Eiho. Bereit für Durchbruch. Drohne taktiviert. Bra. Was? Moment, hat... Hä? Die war... Ist doch gestorben. War die schon da? Da unten ist es auf jeden Fall... Ja, ach so. Nice, ich bin durch seine Explosion gestorben. Und Caveira war drunter und die hat mich da weggemacht. Ich bin spottet. Da wäre er ist dann da links direkt drin. Oder da, wenn du da in das Loch schaust, dürfst du sie sehen. Da durch das Loch da links. Da war es auf jeden Fall. Da hast du nützlich gesehen. Der niemand hackt. Du bist da noch so runtergefallen. Da hast du ihn da fest. Aber der... Der Typ hat ihn erst auch nicht gesehen, gell? Ja. Das ist die beste Runde, was wir je hatten. So eine kleine Einstiegsrunde hier. What the fuck? Aber dass du die Karriere nicht gesehen hast, als er da runter ist, ist mir ein Rätsel. Ja. Wirklich, schau mal, wer ich bin. Ja, ja. Bester Doc U. West. Ja, dann teilst du dir mit dem Auer am Platz. Ja. Sag, ich will heute Erster werden, deswegen kriege ich dich heute erstmal. Es gibt dir aber Minuspunkte. Ja, aber dann bin ich ja Erster, oder? Nee. Machen wir hier alles auf. Nein, alles zu halt. Alles reinforcen. Ich will dir keine offene Stelle mehr sehen, Jungs. An dem Spot ist Miro nicht schlecht. Es bleiben noch 10 Sekunden. Dennerisch. Nur noch 5 Sekunden. Rein, 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 bevor sie ihn glättern. Ja, wo bist du? Ach, du bist Roma. Nice. Hi. Hab ich dich irgendwie gesehen da hinten, bitte? Hast du, du hast ihn da, der, was da reinkommen ist, gleich weggemacht. Auf, was oben, oben, oben. Blackbeard und noch einer. Ja, ich glaub. Ja, von hinten kam es auch noch. Also, ich hab den mit dem Schild auch noch ein bisschen angehittet. Ja, hier ist, hier ist Hibana. War ein bisschen getrapped. Was heißt? Lol. Ja, na gut. Ich hab Glätter was abgezogen. Komm, mach mal die Runde noch. Mach mal, Jungs. Was macht der? Wie blöd der war. Ein Schild haben sie auf jeden Fall. Ja, der kann jetzt hier... Der kann jetzt... Ich weiß doch nicht, der kann ja schießen, wenn... Aber wir sind kein... Wir sind nicht weg hier. Wir schneiden nur das rein. Wir schneiden alles rein. Wir schneiden hier nichts raus. Das war bitte die erste Runde. Ich weiß auch schon, wie ich sie nennen werde. Ihr seht ihr da an einem Titel. Oder habt ihr schon gesehen? Alex ist inkompetent. Und Ricky auch. So, ich bin erster. Äh... Ja, ich hab... Ich hab... Bei weiter mehr Punkten als... Ja, ich weiß auch nicht, was war. Ich bin nur gestorben. Okay. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, Abonne, Kommentieren, Podrick. Wir hatten nicht vergessen. Lasst euch hier nicht abstecken von Siege. Verbessen. Ähm, ich... Wir werden auf jeden Fall... Es kommen noch gute Runden. Wir haben, wie gesagt, noch ein bisschen... Startprobleme. Ja, optimistisch. Ähm... Auf jeden Fall... Ähm... Schaut bei den anderen Projekten vorbei. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. Tschüss.